... hat sich ein anderes vorgestellt, da ist schon wieder der nächste Kampf am Tue, das sind der Senbach, Matthias und der Gasser Steffan. Also gerade wieder Bän gegen Innerschweiz. Und die Favoritenrolle ist an sich auch hier völlig klar, die Ausgangslage ist ein bisschen wie eine andere, weil der Bänner Favorit im ersten Gang souverän gewonnen hat. Gasser Steffan im ersten Gang ebenfalls mit einem Sieg über den Nordwestschweizer Geschwind, Michael. Er hat ein Zehni auf seinem Nordenblatt, der Gasser Steffan. Applaus 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 Er muss jetzt natürlich versuchen, sich schnell und möglich die Niederlage wegzustecken. Trotzdem, dass er jetzt wirklich ein bisschen hingegreifen darf, finde ich. Es geht noch weitere sechs Gänge und jetzt muss er einfach versuchen, die anderen zu entscheiden. Und dann kann sicherlich noch der Topplatz drinnen liegen. Aber es ist natürlich schwierig, dass nicht so die Sicherheit wird, um es dann locker zu kommen. Und der Selbach bringt der Gasse eine grosse Bedrängnis. Aber er bringt ihn nicht aufhören. Doch, der Kampus entschieden. Der Selbach wird geben. Selbach Matthias, zweiter Auftritt, zweiter Seite. Zuerst noch ein kurzer Fußstich, Kreuzgriff. Der Gasser, der sich zuerst über die Elbögen retten kann. Dann kann er zurückziehen und auch jetzt in diesem Moment wird er mit zwei Drittel im Sagenau unten gewesen sein. Jawohl, in diesem Moment war es einfach zu tief. An der Platz 1, zwei zusammengreifen. Die Gasse, Stefan, gratuliert dem Selbach. Der Gasse muss für Eike genoss zu werden. Nicht unbedingt der Selbach auf den Rückblick. Er hat nach einem guten Start weitere Möglichkeiten. Der Selbach selber bringt absolut ein hohes Ziel. Sieger und Anzeige. Sieger und Anzeige Ohrenge Sieger und Anzeige David vamos остр